So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir wieder bei Stranded Deep. Und ja, beim letzten Mal haben wir ein paar Sachen schon gemacht, interessante. Und heute möchte ich mal hier ein bisschen, ähm, was bauen und mal gucken, wie das funktioniert. Wobei ich auch noch Wasser finden muss, aber egal. So, was haben wir denn? Ich möchte mal eine Wand bauen. Eine Wand und die haben wir doch bestimmt hier unten irgendwo. Nee, stopp, close. Hä, wo ist meine andere? Habe ich jetzt nur eine Wand eingesammelt? Ah, da ist die andere. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn jetzt die andere Wand hin? So, dann brauchen wir hier mal die Wand. Craft. Zack. Haben wir sogar eine Wand, können wir uns sogar vor schützen. Trunk. 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 Und dann können wir bestimmt aus den Trunks, können wir auch noch was anderes bauen. Ich gucke mal, das kann man hier vielleicht sogar ein Schiff bauen. Floor. Na, verdammt, hätte ich das nehmen können. Basis, Lashings und Tire Scrap. Barrels, ja, Barrel Scrap. Wo bekomme ich denn die her? Dafür Woodstick und dafür brauche ich hier Lashings, Tarp, was auch immer Tarp ist, aber das würde sich wahrscheinlich auch noch herausstellen. So, ähm, Foundation Floor. Kann ich gar nichts bauen. Eine Treppe. Eine Tür. So, machen wir jetzt erstmal wieder so. Wow. Egal, komm. Das können wir wegwerfen. Das auch und das auch. Und dann kann ich hier den Hammer nehmen. Wunderbar. Ja, und, äh, wir nehmen die Axt und machen das Trunk erstmal klein. Na, komm. Komm, werd klein. So, und dann können wir jetzt hier mit dem Hammer eine Foundation bauen und zwar Driftwood Stick. Genau. Craft. Und das bauen wir dann auf die andere Seite. Genau. Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass wir bald, äh, verdursten. Aber ich denke mal, das werden wir auch schon hinkriegen. Also, das war nicht verdursten. Ah, Tarp. Ah, das ist Tarp. Ah, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Das heißt doch rein theoretisch. Ah, halt. Erstmal müssen wir hier den Hammer auswählen. Und dann können wir damit dann echt das bauen? Tatsache. Ah, dafür brauchen wir erstmal einen... Craften war das erstmal. Wo kann ich das hinbauen? Wo brauche ich denn das denn jetzt am besten hin? Wo brauche ich denn das denn jetzt am besten hin? Warum kann ich das hier nirgendwo platzieren? Warum kann ich das hier nirgendwo platzieren? Na toll. Bauen kann ich's aber nicht, ne? Äh, warum nicht? Warum nicht? Ähm, Woodstick. Plank Scrap. Dafür brauche ich Planks. Aber Planks habe ich jetzt hier nirgendwo, die ich bauen kann, ne? Ne. Ähm. Und dafür brauche ich das andere. Hierfür fehlen mir Sticks und ein Firespit. Firespit habe ich. Ah, mir fehlt noch ein Stick. Driftwood, Woodstick. Ne, kann ich nicht bauen. Schade. Ähm. Oh, ich hab Durst. Und ich hab ja drin kein Wasser. Ich hab ja auch keine Kokosnuss mehr. Krabbeln wir mal nach oben auf dem Baum. Gucken wir mal nach einer Kokosnuss. Ne, ne? Oh, lecker mir. Oh. So. Gucken wir mal. Gut, wunderbar. Ha. Ja, ich hab wieder eine Kokosnuss. Schön. Was? Och, nö. Jetzt muss ich auch noch wieder was wegwerfen. Ähm. So, nehm ich mal die vier Lashings weg und. Pack das wieder beiseite. Nehm mir wieder die Axt. Und. Ja, essen brauche ich jetzt eigentlich erstmal gar nichts, ne? Das ist jetzt gerade hier ein bisschen, ähm. Oh, Stone Tool. Stone Tool, wartet mal. Dann kann ich mir vielleicht doch was zu. Essen machen. Oh, ist das doch zum. Mäuse melken. So. Ne, es ist ein Speer. Okay. Ähm. Wahrscheinlich. Wedge Foundation. Ne, es sind Floors. Plot Floor. Wood Stick. Dafür brauche ich das. Okay. Also brauche ich hier noch ein paar Wood Sticks. Habe ich die jetzt hier noch rumliegen? Ne, Trunk. Trunk. Da muss ich den da platt machen. Ja, ernsthaft. Ist das eine bescheidene Grütze. Da habe ich jetzt so viel davon und dann. Geil, die sind in alle Richtungen verteilt, aber nicht dahin, wo ich sie haben möchte. So. Machen wir mal so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nehme den Hammer in die Hand. Und brauche ich dann so einen Plot. Plank Farming Plot. Okay. Machen wir mal so. How to interact. Aber erstmal, glaube ich, müssen wir das da. Hä? Kann ich jetzt hier irgendwas abbauen? Okay. Damit kann ich mir noch Lashings herstellen. Äh. Bringt mich aber gerade nicht weiter. Äh. Verdammt, 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 verdammt. Ähm. 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 Das ist jetzt echt ungünstig. Na, komm. Okay, das brennt noch auf vollem Power. Oh. Oh, 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 oh. Eimer? Interact. Trinken. Okay, meine Gesundheit ist wieder weiter nach oben. Ich bin zwar auch ein bisschen müde, aber egal. Das passt schon mal. Gut, jetzt können wir hier ein bisschen schlafen. Mal ein kleines bisschen die Nacht zu überstehen. Okay, gut. Äh, das ist jetzt leider noch nicht da. Aber egal. Wir können jetzt weiter uns um die. Wir haben bei Essen eine Frucht. Okay, Essen ist voll. Jetzt wollen wir nur noch trinken. Ah. Oh, Kokosnüsse. Trinken, 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 trinken. Eins, zwei, drei. Zwei. Oh, ist das. Zwei, drei, drei und. Damit kann ich jetzt erstmal schön. Gut, wunderbar. Boah, damit habe ich jetzt erstmal wieder genügend davon. Okay, wie kann ich jetzt damit interagieren? Wie kann ich jetzt damit interagieren? Brauche ich dafür Pflanzen, oder? Was brauche ich dafür? Und irgendwo habe ich noch meine Lashings verloren. Egal. Gucken wir mal weiter. Haben wir jetzt hier noch Kokosnüsse dran? Oh ja, hier haben wir auch noch Kokosnüsse. Das läuft alles super. Das haben wir auch. Ja, jetzt muss ich halt dann nur noch irgendwann mal, ähm, an den, an die andere Seite, also auf die nächste Insel. Ah, komm. Lashing, da. Craft. So. Das sammeln wir ein. Das sammeln wir ein. Das sammeln wir ein. Und das. Ah. Gut, ist auch wieder voll. So, wunderbar. Haben wir das? Die Kokosnüsse, die können wir erstmal noch... Ja, wie kriege ich jetzt meine Gesundheit nach oben? Muss ich mich dafür fit schlafen? Oder, äh... Wie läuft das ab? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage, die ich mir hier, glaube ich, stelle. Ja, das Feuer ist natürlich ausgebrannt. Das war natürlich sau doof von mir. Aber egal, ich möchte jetzt eh was anderes. Nämlich, ähm... Hier weiterbauen. Und zwar mit der Foundation möchte ich mich hier erweitern. Ah, jetzt hat er ja alle eingesammelt, ne? Das war natürlich auch super. Egal. So, die Wall. Da kann ich zur Zeit nur die Driftwood Wall machen. Okay. Egal. So weit passt es doch schon mal. Ich kann ja drauf gehen und, äh... Hab hier was, wo ich mich verstecken könnte. Rein theoretisch. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da ist noch ein Stöckchen. Der ist anscheinend sehr weit geflogen. Stöckchen haben wir jetzt drei. Ein Stöckchen fehlt uns noch. Aber das liegt hier. Hä? Ach, das ist Driftwood. Äh... Ich will meine Gesundheit nach oben bringen. Das ist ein Witz. Die Locks, die machen wir jetzt mal kaputt. Es sind doch wo... Ach, Driftwood. So. Floor. Driftwood, Woodstick. Genau. Craft. Steht da noch irgendwas dabei, oder? Refts are constructed from three components. A base, a floor, and a propulsion. First construct a raft base. Ach so. Ich muss erst das da bauen. Und das sind Tire Scrap, Barrel Scrap, oder diese Scraps, oder per Woodstick. Ah. Lashings und Woodstick. 15 Woodsticks. Ernsthaft? Oh mein Gott. Ihr wollt mich doch verarschen. 15 Woodsticks. Das heißt, ich muss also jetzt erstmal... Hier, Bäumchen fällen. Na dann. Weil ich denke mal, mit so einem Schiff bin ich dann doch bei weitem schneller. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Und ich höre die ganze Zeit nur immer diesen Hi. Wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Trohaut Rhein. Tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020